Quick oder normal, ganz egal... Ich grüße euch meine lieben Freunde, der Servus da! Alles klar und willkommen zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal. Heute mit dem Niklas aka Nickpitz! Hallo! Hallo! Wir haben uns gedacht, wir spielen mal eine Runde Survival Games. Quick oder normal, ganz egal... Quick oder normal, ganz egal... Da werde ich gleich eine Wiederholung reinmachen. Hast du das gehört? Entweder Quick oder normal, das ist ganz egal... Oh, 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 oh... Der reihe ich, das kann nicht mehr passieren. Okay, ähm, Nickpitz ist... Also, Niklas ist in meiner Party schon drin, also ich gehe einfach mal in... eine Team-SG-Runde... Da! Wo ist es? Komm, geh ran! Ja, ich bin drin! Und du? Ich auch. Ähm, falls ich wieder rausgeschmissen werde, weil ich noch kein Premium bin... Ähm, setze ich einen Cut rein und wir sehen uns gleich, wenn die Runde losgeht. Okay, bis gleich. Okay, Leute, wir sind hier in der Runde. Äh, so mich, 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 so mich? Nö. Ist ja auch Schnuppe. Wir machen zwar Teams, aber gut. Und, drei, zwei, eins... Oh, Leute, go, 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 go! Ich hab' gar nix, ich hab' gar nix! Oh, kacke, ich hab' rein gar nix! Ich hab' diese Rüstung, aber ganz schwer. Ich hab' auch ein bisschen Rüstung und was zu essen. Das war's. Ja, bei mir auch. Nein, die Schutzzeit ist rum. Ist hinter mir jemand, nein. Hinter mir ist niemand sehr gut. Ich hab' Essen und Rüstung, was ist denn das denn? Ich hab' auch einen Kompass. Bringt mir aber nicht viel. Oh mein... Ich hab' zwei TNT! Uh, läuft bei mir! Woah! Ich hab' zwei Waffeln. What the fuck! Achtung, ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Der hat... Jo! Kacke! Ich bin tot. Wisch... Hm? Nicht euer Ernst. Ja, mach' ich auch. Ja, mach' ich auch. Aber... Tut mir leid, aber sehr wahrscheinlich, äh... Mach' ich da, äh... dann... äh... schneller ab... Egal. Da, 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 da! Fertig! Los! Okay. Das war grad'n kleiner Speed One. Äh...ja, Speed One. Okay, bist du drauf? Jaja. Okay. Ui. Hallo. Seh dich. Echt? Da hinten. Hier. Hier. Hallo. Hoffentlich kriegen wir nicht ganz am Anfang Fallschaden. Ich bringe auf den Weg da, das ist mehr ein Kisten als ein Sporn. Das wäre logischer. Oh, ich habe fast eine komplette Eisenrüstung und was zu essen bekommen. Ich werde unter Axt. Ich werde so ein Wort fallen. Kein Problem, kein Problem. Das ist in Ordnung, das ist in Ordnung. Das ist alles in Ordnung. Boah, geil, ich habe fast eine komplette Eisenrüstung. Wie krass ist das denn? Boah, hier ist jemand, hier ist jemand. Lol. Oh, 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 oh. Oh, Dankeschön. Oh, sorry, sorry. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, zweieinhalb Herzen. Okay, hast du zwei Schwerter? Ja, ja, komm, 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 komm. Oh, komm, 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 komm. Oh, danke, komm, komm. So, hast du noch ein Schwerter für mich? Schnell. Ja, hier, habe ich keine Luft mehr. Schwerter, ah, halleluja, halleluja, halleluja. Oh, oh Gott, zwei Wasser. Wir haben das, zwei Wasser und hast noch eine Kiste. sich an die ich hab ich hab als er sich gesehen dass du das war er ich hab's gemerkt ich hab sechs Pfeile in der Küste gefunden ich folg dir mal das mal die Bruder noch was du da ja er war schon so aber wir müssen hier hoch ah ja hier ähm so dann ähm ah ja hier ja ich hab was gesehen okay ich folge dir einfach mal ich kenne die verdammt du bist du bist du ich hab ein Stück weit der Erlösung könnten wir reingehen nicht das hände er hätte auch können ganz leicht in die Hose gehen wenn es eine Falle gewesen wäre ich hab ich hab was ich hab was oh mein Gott sieht das episch aus ähm oh oh mein Gott ähm wenn ich mir keine Druck finden dann ist er wieder bin ich echt Druck dann okay geh du mal in die Richtung ich lauf gerade aus da kommt jemand da kommt jemand da kommt jemand oh Gott der hat mit dir hat's ich bin tot ich bin tot ich bin tot ich bin tot scheiße willst du noch? nö ja die Omega-Kill-Aura-Garten-Hilge-Schneider-Angriff m r die Kürtl-Vorschläge das wird auch gemacht äh ja die Aufnahme ist ja gerade mal sieben Minuten und das meiste muss ich rausschneiden oder verschnellern also mindestens noch zwei Runden okay so gut aus oder mehr weil da war nicht so lange bei uns ja weil immer wenn äh niemand getötet wird und der andere spielt äh 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 meine behinderte Stimme noch zu? oh oh ich liebe die Map ich liebe die Map ich kenn die gar nicht ich glaube ich seh dich seh dich seh dich ah ja ich renn einfach hinter mich weil das äh äh weil ich seh hinter mir eine Kiste und die hat noch keiner im Blickfeld ich geh nicht mit ich geh nicht mit ich muss ich muss oh ja nice nice oder war die Axt nein ich hab ein Holzschwert und zwei Direkteilungstränke hochwertig okay das ist neidwürdig Sorge ja es ist auch das ist so wichtig da wird es auf keinen Fall sterben nur dass sonst irgendwelche Dummheiten machten ich glaube ich seh dich Anni doch nicht ne du kannst mich nicht sehen ich bin ganz weit hinten ich seh dich ich seh dich ich bin und hallo in der drüben da noch voll mit dem schlicht nur glaub ich auch nicht da 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 kann ich mir bitte bitte und das ist ein schwer für mich nie leider nicht über und mit dem bohr aus was schaust doch feiern ja zwei nicht so gut amorten ob er nicht mehr und ein guter und und schatten mich noch gar kein bisschen wenn du bist ich bin es in das komische Haus doch eingelaufen das Konrad wo wäre die es ist mein Name nicht nicht das ist so ein komischen Hässler Haus ich steh grad auf dem Balkon oh ich bin grad von dem Balkon runtergesprungen Alter hier ist mal wie so ein Gefangener ah ich seh dich glaub ich komisch bist du das ja Nick Pitt Achtung ich bin hinter dir nicht erschrecken ja ja ich hab nur grad jemanden getötet sehr gut ich brauche was zu essen hast du was ja 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 ich hab eine Kiste gefunden und ich war doch noch nicht mehr dran und auch wenn es nur ein Steiger ist vielen Dank wenn die Klinik beiden vielen Dank wie liefern die wirklich alle Räume und die Kissen er macht es an mann hier war schon jemand gibt es doch nicht komm ich hier hoch auf den Kran oder da hinten ist glaube ich eine Truhe im Auto ja ich zurück durch ich hab zwei Sticks und einen Kompass nice d an der Außenseite ist so ein Weg aus Blättern vielleicht ist da und Brüder und gerade in dem Haus irgendwo oben ich sehe ich sehe ich sehe ich sehe ich ich glaube aber auch dass sie irgendwo Troen versteckt sind ich weiß noch nicht ich weiß noch nicht er hat auf den Bündner mit dem Leben er kommt man aber auch noch mehr ja ich habe gut gut aber auch noch mal kommen bei der und und das ist schlangen auch zu wollen hier und hier auch gut an die Töger die Töger die Töger wo geht nun sagte im besten eigentlich die Köln Köln was zum Koffer ja hab ich aber der bringt uns nicht wirklich viel doch doch wenn ich immer kriegt er mal gut die Köln und hier ist ein halbesergebnis der Berge und die Probe und die Probe wo sie wurden und wenn er erfasst Also komm, 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 komm ich hier nachher. Okay, ich schlafe dir hinterher. Hinten auf dem Schiff, auf dem Flugzeug, das aufgestützt ist, ist einer. Einer oder zwei? Einer. Okay, den schlafen wir uns, den schlafen wir uns. Ja, sieh, 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 sieh. Oh Gott. Ich habe das Gefühl, der hat Rückstoß drauf. Ja, ich habe einer geschlagen. Der hat mega vier Rückstoß drauf. Der hat Goldabfüll gegessen, pass auf, pass auf. Nein, nein, nicht dein Ernst. Er hat mich allweil geschlagen. Ja, echt so. Geh rennen. Ja, ich flüchte. Schöne, die Truhe auf, ne? Oh Gott, oh, alter, hat er mich... Der hat dem noch den Boot da auf dem... U-Boot. Das interessiert mich gerade nicht, der verfolgt nicht mehr mich. Hat doch nur eine fast komplette Eilung. Ja, und ich fass keine Lieben mehr. Er hat einen mehr noch, scheint abzugehen. Nein! Ah, verdammt! Dreier Team, 3-Low. Ja? Ja, war Dreier Team, so. Gut. Okay, ich würde sagen, noch eine Runde und dann muss ich die Aufnahmen schon wieder beenden. Okay. Einverstanden? IP begonnen, äh, äh, alter. Oh nein! Hier sind Teams verboten. In dieser Runde sind Teams verboten. Kacke. Äh, äh, dann machen wir nicht, oder? Wir machen keine Teams. Okay, wir killen uns nicht, aber wir spielen nicht zusammen so. Ja. Genau. Ich hab rein gar nichts bekommen, weil ich die ganze Zeit Blumen abgebaut habe. Ich kenne mich aber auf jeden Fall, da hab ich schon ganz viele Schwerer. Ja? Ja. Ja, Mann. Ich kenn die Maps halt alle. Ja, genau. Du spielst nicht oft. Ah ja, noch ein Tipp für alle, die gerade zuschauen. Und zwar, wenn ihr eine Eisenhax habt und ein, äh, ein Steinschwert, würde ich die Eisenhax empfehlen, denn sie hat 0,5 mehr Attack Speed auf dem, beim Schlagen. Ich hab ein Steinschwert. Okay, sehr schön. Ich hab eine Eisenhax, wie gesagt. Nein! Boah, ich hab aber mal gedacht. Hab eben gedacht, ich werde nach Fallo gefangen. Ich hab zu welchen im Haus. Nee, nicht nicht. Warum? Ich hab grad nur im Haus bin. Achso. Nein, ich bin nicht in einem Haus. Ich bin auf irgendeinem Berg. 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 Ich würde gerne den Fein sehen. Oh, hier wahl jemand. Aber, da ich den Fein nicht mehr. Oh, hier ist er, hier ist er. Erdn der Holz, Axt. Erdn der Holz, Axt. Aber gute Rüstung. Aber gute Rüstung. Aber sehr. Geht er erstmal an die Kiste treff. den Tod 9 ein sie ist denn ein Name bei einem Rüstung und einer Diagd hat sich getötet und aufpassen ich habe ein Bogen mit sechs Pfeilen und wohl wir waren ein das Hühnchen hat mich vergiftet Kacke ich brauche um den Platz zu essen Pro das wird ich sagen Glücksgriff ich habe gesagt ich brauche unbedingt was zu essen und der nächsten Probe ich gefunden haben war einfach mal ganz viel Essen drin er nicht der Kugel abdaten und hier sind Millionen die Kassel der Kassel ein Träger er hat das ist die Kiste uns nur ich kann ein bisschen Tor ich habe ihm gedacht ich werde Fall und kommen nicht mehr raus Kuhn Kuhn ich brauche unbedingt mehr Rüstung Ruhr aber wirklich brauche unbedingt mehr Rüstung Schatten Gold und Goldschuhe des Mars jetzt untertitelt Kirsten Kiste der Welt und die man nicht öffnen kann aber das ist die jetzt geht es nicht Kuhn und er er erinnert den Tor wurde eine Rolle im Raum wo ich eben war die kann ich aber nicht öffnen die Doppelkäste nicht Doppelkiste so wird auch die Kiste Archer Karten waren dann die Doppelkisten bei der Leiter es betätzt du mich gerade nein weißt du das ist nur ganz genau wo ich stehe und zwar jetzt in so einem Färtenwald mit einer Lederrüstung Goldschuhe, Lederharnisch und Goldhelm stimmt das? ohne Hose genau wo ist hier eine Doppelkiste? ah hinten im Raum die habe ich total übersehen ja kann ich nicht öffnen weil da Blöcke oben drüber sind das ist doch ja aber ich glaube auch nicht dass da was drin ist das wird die erste Folge wo mal wirklich was los ist und ich meine länger als fünf Minuten eine Minute überlebe das ist echt ein Weltwunder für mich das ist meine erste Survival Games Runde die ich aufnehme und länger als eine Minute überlebe das ist das ist genau das ist sie zum Husten wo ist die Kursi aber auch ich habe sie das gerade das in der Rater im Dach und hier ist ein Gegner da hat er was mir da gut auf er genau das sind kann ich den Jörgern Warte, ich gucke. Böcki. Der ist hinter dir, genau hinter dir. Oh je. Ja, ich merke es. Aber der soll es mit seiner ganz... Oh, nein! Der hat mich von E-Tames weggeschmissen. E-Tames. Da kommt noch ein Render, lol. Ja, halt den ab! Vielen, 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 vielen Dank! Ja, oh nee, da wären drei XP-Flächen drin gewesen. Jetzt sagt er bestimmt mich, oder? Nein. Oh, cool. Ich habe überlebt. Der Rotsox, der Rot-Rot-Rotsox-Pvp. Und dann scheint er richtig auf, wie wir sehen. Der Rot-Ein-Schwert. Ja, ich sehe es. Verdammt! Alter, hast du das gesehen? Ich konnte den gar nicht schlagen. Hier nochmal zur Wiederholung. Das war krass! Das war krass! Ich konnte den gar nicht schlagen. Erstmal auf den Schock. Bisschen was trinken. Und ein Stück Schokolade zu verbessern. Zu guter Laune. Stimmt doch gar nicht, auch wenn Schokolade vor mir liegt. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns bei dem nächsten Video wieder. Ciao! 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 Ciao!